und herzlich willkommen zu einem neuen projekt und zwar bloody trappland mit band und ist ziemlich schwer ja der antwort ist der anfang ist natürlich nicht schwer man hat irgendwie doch gemacht doch hat man ich glaube das ist einfach games die ich nicht kann ich bin in der luft verreckt ich muss steam deaktivieren das geht auf den sack nein das kannst du nicht tun hat jetzt hat das der hat wer jetzt schon wieder gemacht Hey wie kann man nach oßen gehen eigentlich? Holy shit! Achso, man muss da außen rum! Lol, das war keine gute Idee. Was? Ja! Was ist das? Hahaha! Lauf einfach nach links geduckt! Nein, geht nicht! Du kannst, kann man nicht geduckt laufen. Noel hat es gemacht. Ja. Da war ein Secret. Hey, wir müssen schon am Slightly tapen. Ach, deswegen gab es auch ein Heck. Das geht doch gar nicht. Hä, womit chompt man denn auf der Seite überhaupt? Gar nicht, okay cool. Hallo? Hey, man kann gar nicht... Wie ne... Wer macht alles viel zu schnell in der Spaggen? Noel ist so gut im... Alter! Oh, der... Nee! Warum macht ihr das? Unterlasst es doch, jung! Hallo, ich kann... Was? Was? Hä? Jetzt habe ich eine... The perfect Springboard habe ich jetzt gekriegt, ja? Ich mach nix, ich mach nix. Ja, gut. Ja, ich kann... Mach du. Mach du als erstes. Mach du als erstes. Sicher? Lole, mach es. Huch! Ben, hoch! Du schaffst es, glaube ich. Du kannst direkt... Ich glaube du kannst direkt hoch, oder? Nein! Aber du bist so im Weg, ne? Ja, warte. Jetzt mach doch! Ah! Das ist ne fucking Gun! Damit hätte ich nicht geregelt. Alter! Wie gut ist Noel? Nein! Warum bist du so gut in dem Kackspiel? Oh, wer hat's auch geschafft? Ich geh nicht rein, ich geh nicht rein. Ja, mach doch einfach! Oder? Ja! Mach's einfach! Ne, wir warten! Das war so gut, wir haben... Lass es einfach machen. Ich war eh fast da. Wenn wir immer warten... Lass... Lass... Wir warten bis... Bis immer zwei da sind, okay? Okay. Warte, hinten ist irgendwas... Alter! Mann, verpiss dich doch mal! Wir sind zu... Alter, du... Alter, du... Alter, du... Nur alles so krank, alter Typ. Macht das keinen Spaß mit mir, weil er zu bot ist. Oh, let's go! Aha! Nein! Da ist gerade das Ende! Alter! Wir wurden getrollt! Hä? Auf der anderen Seite ist das... Oh, scheiße! Haha! Loll! Hätte ja jeder geschafft, aber wir werden... Alter! Ich wurde genibbelt! Achso, jetzt kommt der Plätze... Ich weiß nicht, was ich verhafen, Alter! Ah, Mann, Alter! Alter, ich geh down! Ah! Ah! Wie viel macht ihr eigentlich jetzt in der ersten Ding? Hä? Nein, das ist doch wieder fertig! Alter, du edit-cheated halt, hey! Alter, mit was sprichst du das? Das dato? Mit einem Vibrator? Ich hab's nicht gesehen! Alter! Oh, Jesus Christ! Alter! Alter, besser kauft ihn dir jemals mal halbe Stimmen! Alter! Nein! Mach's einfach, Ben! Es tut mir leid! Sei asozial und mach es! Warte nicht! Warte! Ach, du bist sozialer Mann! Ich mag soziale Menschen nicht! Ich mag soziale Menschen nicht! Warte, hier oben ist irgendwas! Äh, jump mal jemand im selben Moment! Also, jump dir einfach mal! Lol, da ist denn da, da ist ne Ding nicht! Hier ist ne, hier ist ne Weg und da rechts! Lass mich mich mal da rechts hin! Okay! Hahahaha! Alter, das Spiel da, das macht mich irgendwie fest! Ach, Mann! Aber die Auflösung ist etwas kacke! Das ist wohl lame-lame! Egal! Ich hoffe, dass das klar geht und wir jetzt nicht 500 Mal aufnehmen müssen! Ja! Oh Gott! Der Weg ist doch viel schwerer! Welcher? Der! Da ist hier oben! Der ist doch easy hier! Ben, das machen wir noch ganz gechillt! Nicht! Ah, vielleicht! Kann man sich in der Luft ducken? Ja! Soll ich das mal da unten probieren? Das ist doch easy! Warte, ich probier es mal! Warte! Mach es einfach so! Hahaha! Kann man es einfach so! Genau! Ah! Noelle hat es gefasst durch das fucking Loch! Ja, Noel kann das Loch! Was? Alter! Alter, Noel tötet alles! Der ist mal richtiger... Achso, Mat! Oh Gott! Ah! Mit Noel kann man nichts spielen! Ich spiele ja nicht! 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 Huah! Es tut mir leid! Sein Schlein hat mich erschaffen! Oh! Das ist... Alter! Hey! Lass mich leben! Lass mich fucking leben! Lass mich nur der Vogel! Nein! Achja, man muss früher abspringen! Dann hat man den Skill des absoluten Booms! Äh... Jetzt mach ich den ersten Try über die Logge! Oh no! Hä, man kann die Hälfte von dem Weg hier abkürzen! Ist ja... Unfair! Was? Ha! Der neue hat es schon wieder! Was ist das für ein Typ? Wir... 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 Wir können jetzt schon wieder... Wir brauchen einen anderen Aufwähmepartner! Ach man! Der neue ist so gut! Hör auf bitte, Ben! Ich lass mich! Kann ich oben drüber vielleicht? So, schau hier! Ey, wie hast du das gemacht? BAM! Wer hast du das gemacht? Ein Megel, die Junge! Ey! Oh, du bist doch ein Wichser, ne? Ah, meine... Ich überleg das jetzt auch mit Tassadour zu spielen, weil der Controller geht mir ab und sagt... Oh! Nein, sorry! Ich hab's im Bundi! Halt echt! Alter... Leute, der hat mich gelibbelt! Oh, scheiße! Alter, wir können nix! Wuhu! 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 Alter, ich hasste aus dem Spiel! Das macht mich fällig! Das ist mein absoluter Name! Ja! Nein! Na! Nein, du Hund! Da! Nein! Nein! Geh das weg jetzt! Lass mich! Ich ducke mich jetzt einfach in der Luft mir rein! Hahaha! Hä, was, Ben, hä? Okay! Geh, Ribbeln! Nein! 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 Nur das! Was? Ich dachte jetzt, wie das geht, ne? Der Noel hat's schon wieder geschafft! Der Noel, der kann! Wie spielt man denn dieses Spiel, hä? Schau mal hier! Ne, ich glaube, ich muss jetzt mit dem Controller zu Ende spielen. Aber ich bin zu... Ah! Ah! Hä? Ich check es nicht, Damanas! Ah! Ah! Oh! 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 Wow! Oh, no! Oh! Oh! Oh, no! Okay, ich mach nichts, ihr könnt nicht machen! Nein! Ach, ich soll noch? Ah! Ben! Wir sind nicht miteinander! Das finde ich das! Oh! Oh! Du Assi! Ich muss dich doch duckeln! Ich weiß, Kontext ja nichts l Zoe, aber den Noel didöne! Ich geh only down Dieses Game, ne? Ich muss euch zugeben Alter, Leute Als ob das so ein Assi-Hammer ist Nein Ich dachte, ich bin safe-call Alter, ich weiß jetzt nicht Lol, so it begins Gab's jetzt Jetzt gibt's die Welt 2 Jetzt kann ich's Jetzt bin ich gut Nein, geh weg Hey, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Alter, verpickst dich doch mal aus meinem Leben Wie geht das? Alter, wie geht denn das? Noelle Hä? Hey, diese Jumppads, wie gehen die? Äh, bei mir ist, ich seh Lila Ja Siehst du nur Lila? Hey, die Tour in so einem Windows-Octivieren-Neustaus-Aus Haha Haha Ben, siehst du wieder was? Oh Oh Ah Ben, rede Ja, sprich erst mal die Lava Ja, was willst du denn? Da Wissab's nur die Da ist kein Sekret Juhu Könnte ja sein Werden sie denn diese Jumpdinger Ich bin zu dumm um diese Jumpfettsatz zu lassen Ich spring die hoch genug Aha Wir müssen den neu analysieren Einer muss halt ablenken Ne, das ist immer der, der am nächsten dran ist Was? Wenn ich jetzt hinge guck, dann ist jetzt direkt ein Ne, du jumpst mir in den Weg Dein Breach habt ihr auch einen Weg Was? Ha, alle gemacht Oh Ich runne jetzt einfach durch, mir reicht's Alter Was? Alter, wär das ein nicer Gude, was? Hä? Oh, Simon, wie hast denn das jetzt gemacht? Ich hab die absolute Neisigkeit gerissen Alles klar Ich bin einfach nur durchgejumpt wie der letzte Hund Oh Gott Guck, diese Jumpdinger Ich kann diese Jumpdinger nicht Alter Alter, der pinnt, der tötet alles Alter, jetzt hör doch mal auf, Mann Alter Oh Scheiße Wie wärs einer macht und der andere einfach danach Wie komm ich auf die fucking Scheiße drauf? Hä, wie spring ich denn da hoch genug, Mann? Wie spring man da hoch? Alter Alter Ey Leute, ohne Spaß jetzt Wie macht ihr das, dass ihr hoch genug seid? Alter Lol, ich weiß es Ich bin einfach nur geistig zurückgeblieben, glaube ich Oh mein Gott, bin ich dumm Oh ja Oh ja EIN 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 EIN, genau EIN EIN Unglaublich, was du in diesen ... Alter Ai, ai, ai EIN Sind wir wirklich so scheiße oder tun wir einfach sooooh Hä? Gibt mir nur so Stimmt's, du bist ja nicht, UNAHALT Aßli, Aßli Nein Alter Weiß jemand wie lang wir schon spielen ungefähr? Ich hab jemand den Weg zagt Noel Ups, was Kannst du meinen Steam-Overlay schauen, wie lang? Ich würde sagen, mach mal nach dem Level! Nach dem Level? Alter, das ist halt... ...de stimmelnd aus. Ja, nach dem Level mach mal ein Ding und dann. OAH! Genau. Ich raste aus. Alter! Ja! Ja, bitte! OOH! Hi. Alter, war er auch weg. Ja, Mann! Nein! Was? No! Jo, der Alex am Start hier! Jo! Leck Noel war ich auch da nur bei mir! Nur bei dir, Mann! Nein! Alter, Alter, ey, ich pack... Ich pack... Ich bin übrigens... Ich pack der Horst! Ich schaff's jetzt genau! Au, no! Alter, ich bin der Horst! Das ist so kalt! Schwer, da unten! Alter, das ist aber schön! Oh, scheiße! Nein! Lol, ich hab's geh! Alter, das ist das Game of Game! Digga, das ist das Game of Game! Nein! 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 Halt dich für'n Gerücht! Denn ich mach es jetzt! Nein! Oh Gott! Ich muss nicht doch... Again in the Game! Lol! Cheats! Ich mach's nicht mal so'n Lied, wo es die ganze Zeit ging! Again in the... Again! Nein! Was? Ja! Super, Ben! Du kannst von mir aus den ganzen Nacht safe auf dem Ding sein, ja? Das bringt dir auch nichts! Siehste? Was? Hat geredelt, der wird! Lol! Hat der... Sorry! Noel hat mich gefickt! Was? Scheiße! Mann! Du F***er! Wir können nix, Noel! Streng dich an! Du kannst doch einfach Sachen nix, Noel! Hä? Ich hab die perfekte Idee! Ich lass' einen sich opfern und dann mach' ich's! Oho! Was hab' ich aufwacht? Alter! Du bist so alt! Hä? Dimo! Alter! Nix, du ne Ranz-Rande! Nix, du ne Ranz-Rande! Nix, du ne Ranz-Rande! Ich f*** die Ohren! Ich ver-quack's immer! Hahahaha! Hahahaha! Das ist doch okay! Nein! Ah! Mann! Ach, Mann! Oh, Leute! Ich hab' keine Lust mehr! Yeah! Ich bin wieder safe! Alter! Was? Entschiedet doch! Noel! Mach es! Warte! Ich belebe in dich! Oh! Alter! Alter! Ich hab' die... Nein! 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 Oh, ich hab' die De- Dick, wollte ich sagen! Dex, du bist hier! Dex, du bist hier! Dex, du bist da hoch und einer rüber! Oder auch nicht! Mann, das Game macht mich fertig! Nein! Alter! Ich bin wieder los! Ja, herzlichen Glückwunsch! Was bring's dir? Oh! Nein! Oh, bring's dir also! Oh! Ich bin dran! Oh! Jedes Mal, Mann! Jedes Mal! Ich bin dran! Ich bin dran! Lol! Wenn du teelest! Wenn alle VAC... Oh, Mann! Wächst da ein! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Oh, Mann! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ja, ich auch! Aber dann sprich ich auch immer in die Dinger! Oh, nein! Ben, mach es! Schau dir echt nicht zu! Jetzt durch! Ich bin dran! Ich bin dran! Entweder wenns unten ist oder wenns oben ist! Ich würde sagen mit so... Oh, no! Oh, no! What was that? Oh! Da bräuchte ich hier in so nem Death-Counter, Alter! Oh! Oh! Ich bin dran! Oh! 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 Seid mal. Wenn du dich genauiada hast! Und dann bin ich da! Alter! Das war dumm! Nein! Ich hab jetzt die Taktik! Sprichst du jetzt hoch? Dann hast du... Na! Jetzt sprichst du hoch... Und dann bist du belongs! Nein! Der springt genau in die schönen Dinger, wo ich immer reingehe. Egal was ich mache, ich gehe immer in die Scheiße rein. Ich bin sicher, dass wir nicht uncut machen. Ich gewinn es noch. Okay, dann gewinn es noch. Uiuiui, das machen wir. Für maximal 5 Minuten. Oder nur eine Rebuild. Doch nicht. Alter. Das geht mir fast übel auf den Sack. Was, das ist nix weg? Das war hier. Guckt euch an. Das ist einfach nur eine rote Welt. Alter, ich lebe noch. Ich gucke auf den grünen Dude und denke mir, ne, schon wieder. Och, Mann. Ich bin oben. Ja. Alter. Ah, dumm. Nein. Oh, ja. Warum bin ich so dumm? Nein. Ich setze mich jetzt in die Position. Gewinnen, ja. Ja, du schaust nur zu, okay. Ich mach jetzt so. Ich werde es jetzt in den ersten Drive veranlassen, ja. Jetzt weg. Oh, ja. Oh, ja. Hund. Alter, ich hätte es so finischen können, aber ich bin der Schein. Hallo. Was? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin oben. Oh, was? Jetzt geht. Du musst langsam runter. Du darfst nicht springen, weil dann bist du. Oh, ja. 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 Was war das denn? Was? 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 Oh, ja. Okay, ich weiß, wen man unter Kreis hat, weil ich das vorbeikomme. Ja, du musst unten drunter, man will das. Alter, ich habe mich im Team auf Offline-Stellen und es kommt trotzdem wie Banado-Community ankündigt. Wie Banado-Community. Alter! Oh, dann Noobs. Danke. Immer wieder Gun. Nein. Alter. Alter, ich trotzdem... Gott, ah! Ich habe keine Lust, Männer. Gott sei in die Hose. Gott sei in die Hose. Gott sei in die Hose. Alter. Aber es ist World 2, dann? Ich weiß. Es ist ein Europäer. Es ist halt Europäer. Ach. Europäer? Ja. Das heißt, der Europäer. Oh, shit. Ach, man. Wir schaffen nie mehr dieses Level. Das wäre jetzt mehr Schafen. Wir müssen einfach nur... Einmal glauben. Pausen machen, Mann. Das Level geht jetzt nicht an. Das war's dann mit der Folge. Über eine positive Bewertung würden wir uns natürlich freuen. Nein! Was? Er hat's gemacht! Okay. Okay, das war's dann mit der Folge. Über eine positive Bewertung würden wir uns natürlich freuen. Und, ja. Ich will das aktivieren. Fick das! Nein! Hahaha! Also. Tschüss! Oh, der Gn!